Moin moin, in diesem Video geht es um Petras zweiten gesuchten Beutezug gegen Kalix 12. Diese Aufgabe führt euch wie schon gegen die Wolfbaronen wieder auf Endpatrouille, diesmal aber zur Himmelswacht. Ich zeige euch hier den Weg. Die Action findet in diesem Gebiet statt. Achtet auf den Hinweis, dass ein Wolfsrode in das Gebiet eingefallen ist. Vermutlich müsst ihr aber erst eine Weile warten, bis das Event startet. In mehreren Wellen seien sich starke Käpt'ns von Versorgungsschiffen ab. Bekämpft sie, schnappt euch deren Waffe und erledigt zum Schluss den Servitor Kalix 12. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Lasst euch von unserem Auge nicht betören, ich kann aus erster Hand berichten, dass er es nicht gut mit euch meint. Lasst euch von unserem Auge nicht betören, ich kann aus erster Hand berichten, dass er es nicht gut mit euch meint. Ich freue mich auf die Video-Suche und verabschiede mich bis zur nächsten Folge mit Pegis, dem abgeleugneten, der ab und zu einen Ausflug zur Venus macht. Bis dann macht's gut und bye bye. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020